Willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Master Builder. Wir haben zwei Master dabei. Ja und Jay und den Gewinner vom letzten Mal. Du bist der wahre Master. Du bist der wahre Master. Du bist der wahre Master. Alter wird Peders letztes Team sein sollte. Alter was? Schokoriegel. So. Was ist das denn? Potted Plant. Ah ok. Ok. Äh. 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 Aha. Ich brauche das hier. Ich brauche das hier. Und dann brauche ich das hier. Und das hier. Und 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 und. Komm schon. Wo sind die denn jetzt? Da. So. Bap. 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 Was kriege ich jetzt hin? Bap. 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 Oh Gott, dann habe ich auch das Gefühl. Ja, ihr müsst auch darauf denken, ihr müsst die Sachen ja nicht ausfüllen. Ihr müsst ja nur das machen, was man sehen kann, wa? Ja, ja. Ach du Scheiß, ey. Wo findet man denn hier die Sachen? Die finde ich ja nie, nimmer. So. Alter. Wing, wo ist das? Da. Ist das Scheiße, Mann. Dann hätte ich gerne noch hier so einen geilen Rand. Hop, 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 hop. Oh Gott, wie krass man sich dabei konzentrieren muss. Das ist halt der Shit irgendwie. Ja. Ja, ist gerade echt ein bisschen hart. Scheiße. Geht nicht. Oh, das ist jetzt leider nicht. Komm schon. Aber diesmal, glaube ich... Ich habe gerade tatsächlich ein ganz gutes Gefühl bei der Sache. Also, meistens ist es an Hässlichkeit. Naja. Also, es schaut ganz schön hässlich, Alter. Da. Da. So, klick, 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 klick. Scheiße Mann Da lacht der Jay Ja, da lacht der Jay Soll ich noch Wasser? Können wir den da noch machen? Ja, komm schon So, dann hier in der Ecke noch Und da noch Oh Gott So Alles gleich, bin fertig Oder ich überlege gerade noch Das sieht ja scheiße aus Ich bin voll verkalkuliert Scheiße, aber jetzt Das Umbau bringt auch nichts mehr Oh, eins schon mal zwei Minuten Oh je Das ist doch mega viel Zeit gerade Voll gut, oder? Naja So, das sieht auf jeden Fall noch mal Pflanze aus So, dann hätte ich gerne noch Okay, noch drei, vier Sekunden Fuck Läuft zu der Mitte zusammen Oh Gott Scheiße, scheiße, scheiße Scheiße Da Okay, nice Ja, machen wir den Rand noch ein bisschen höher 19 Sekunden noch Das schaffe ich nicht, Mama Ich werde nicht fertig Leute, ich kann nur Oh, ich kann nur Oh, nein, nein, das muss weg So So Wow Sieht auf jeden Fall aus nach Potted Plant, würde ich sagen Ja, das sieht auch nach Potted Plant Ich werde nicht fertig Nein Time is up, Mama Nice Die Idee finde ich ganz nice Das kriegt von mir immerhin gut Okay, ne Das sieht doch voll, naja, aus Ich finde die Idee ganz nett Knife Thunder Echt? Wegen den Lars, oder was? Ist die Idee nicht bei jedem das gleiche? Was ist das? LOL Alles klar Das ist awesome Das finde ich awesome Das kriegt von mir ein Amazing Das fand ich richtig scheiße Das habe ich als richtig scheiße abgestempelt Wow, voll neu Genius, Alter, ey Wieso dauert das bei mir so lange? Ich kann das nächste noch gar nicht sehen Aber das ist doch keine Potted Plant Wenn er da was rumbaut Na, ist der Blüding Der ist echt nicht meins Ich meine, das ist ja keine Pflanze, die in einem Topf sitzt Ja, eben Ja, deswegen hat er auch einen Failure gekriegt Ja Wow Ey, der steht im Wasser Ne, im Wasser Der hätte da Erde hinsetzen müssen Na, ich finde die Idee nicht schlecht Das Schlimme ist LOL Tram, Alter Pass auf What the fuck Das ist ein Meisterblading Das ist ja nix Das ist ja nicht mal Pott Was steht denn da vor? Ein Kato Verstehe auch nicht Kato Kato heißen soll Alter, Kato, Mann Richtig krass Das ist wahrscheinlich von dir, ey Magic Satan Das ist ja, ne? Oh, guck mal, die hat Läuse Wie die alle Bäume gebaut haben Ich hätte auch mal einen Baum nehmen sollen, ey Ja, dann mit dem Baum ist voll die easy Idee Krüggut Ja, eben Das ist vor allem das Schlimme ist Der Bram hat sich selbe die Idee ab wie ich Aber meins Meisterblading, was soll das denn sein? Was ist das denn? Das habe ich auch nicht verstanden Das check ich jetzt auch nicht Das ist ja Bullshit Das ist doch Kackjes Alles klar Das wird erst mal zerstört, Junge Weißt du, vor allem die Idee von Wow Das finde ich nice Das ist Feders Ich bin leider nicht fertig geworden Aber er kriegt leider nur ein Good Weil das da so löchrig ist Das würdest du von Meisterblading Du kriegst von mir tatsächlich ein Amazing Wenn das fertig gebaut worden wäre Hätte ich dir sogar ein Wall gekriegt Ja, schade Das ist halt nicht dreidimensional Das ist aber fertig Aber das ist nicht dreidimensional Das ist halt so Dann war Feders cooler Ja, das geht drauf Nun gut Aber war fertig Ja, ist okay Na gut Was ich blöd finde Ist, dass man sich selbst auch bewerten kann Aber das habe ich nie gemacht It's fucking awesome Nice Wow Nice Weißt du, ich bin hinter Bram Nur weil seine Idee Weil die dieselbe Idee hatten Und ich später kam Ja Deswegen Und nicht weil du scheiße warst Ja, alter Vater Da habe ich ernst drauf gewonnen Das ist ja mega krass Da bin ich direkt rausgeflogen Ja, das war auf jeden Fall Dann hoffentlich eine geile Runde Wie gesagt Schreibt gerne in die Kommentare Welches Bild ihr am besten fandet Und lasst uns wissen Wie ihr das Projekt findet Und dann freuen wir euch bald auf einer neuen Folge Minecraft Master Builders Hat gelabt ihr ganz wichtig Willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Master Builders Mit den Mast-Herren Jay und Peter Und Brammen Und Brammen Und unsere heutige Aufgabe ist es Unsere heutige Aufgabe ist es Und fünf Sekunden zu warten Die Spannung steigt und es ist Ein Geschenk Alles klar Okay Hätte ich gern das 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 Ding hätte ich gerne Und das Das Ding hätte ich gerne Und das Ding hätte ich gerne So Wie breit hab ich das denn jetzt gemacht So Scheiße, wie dumm bin ich denn Ist das jetzt richtig? Das ist bestimmt richtig, Peter Ja, ist glaube ich richtig Klingelt irgendjemand Aber das ist mir egal Ja, badass, Brammen Das muss gebaut werden Das muss immer gebaut werden So Scheiße Oh, dafür müssen fünf Minuten eigentlich auch locker reichen Ja, da klingelt nochmal jemand Ja, sei mal ein bisschen ruhiger, Brammen Bist du laut Ich glaube, dass da jemand war Wegen Lautstärke So So Ja Ja Wir haben noch vier Minuten knapp Alles cool Alles Die Frage ist Wie weit verschätzt man sich? Das ist halt immer so die Sache Ja, das ist die Frage Das sieht aus wie so ein Clowns-Paket Ups Wie ein Clowns-Paket Ja, klickt aber auch wie ein Geschenk Na komm, beziehen halt Ja, ich zieh das jetzt durch So Kaschar, kaschar, kaschar Ja, wir müssen gar nicht hier hochfliegen Hä? Doppel-Lehrtaste Doppel-Lehrtaste Ja, das hat er nicht gemacht Wow Natürlich nicht Drei Minuten So Die Zeit läuft Ja Und dann Babam Schleife Ist aber richtig hart Ja Da arbeite ich gerade auch dran Ich hab zu groß gebaut Glaub ich Scheiße Sieht aus wie ein brilliges Dad Da komm ich mal hier noch ein smiley drunter Wie ist man sich angrinzen? Okay Also ich hab zu klein gebaut Scheiße Vorbei So Tick, 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 tick Oh, ne Das sieht nicht gut aus Was ist ein Monster? Was baue ich da? Ja Und dann nochmal Klick, klick, klick 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 Ich hab's nochmal geil Wenn man über seine heiligen Kompetenz auch so ultimativ lachen kann Alter, was ist das, bitte schön, für ne Scheiße. Ja, aber... Alter, ist das hässlich. Alter, ist das hässlich, Mann. Warte, ist das eigentlich hässlich? Das ist richtig hässlich. Speed! Oh ja, jetzt gerade nochmal hier abspeeden. Ich bin fertig. 38, oh Gott! Und? Ich bin fertig! Holy moly, aber... 30 Sekunden wird reichen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay, alles klar. Optimal ist das alles nicht? Das ist so hässlich. Das ist so hässlich. Das ist offenbar ganz, ganz furchtbar geworden. Da freue ich mich schon mal drauf. So, ey Bram, sollten die Zuschauer nicht bewerten, wie wir malen, äh, wie wir bauen. Genau, gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr unseren Boss hier findet und... Boah Alter, er lebt mich am Arsch, das sieht aus wie die letzte Missgebotliche gemacht hat. Was, ey Bram? Ah, er ist nicht fertig geworden! Er ist fertig geworden! Oder? Loll. Alles klar, er kommt mir mal eiser bleeding an. Ist aufgemacht. Ist aufgebaut. Ist aufgerissen. Ist aufgerissen. Ist ein gut. Aber... Er hat halt die Schleife nicht gemacht. Das war gar nicht dumm. Dass er die halt nicht gemacht hat. Mit dem Teddy wären da drin. What the fuck? Okay, ist das Peters, wenn er so lacht? Nee, das ist nicht meins. Das sieht aus wie ein Erdklumpen von Minecraft. Also das sieht auf jeden Fall besser aus als meins. Das ist okay von mir. Oh, Geschenk ist eigentlich rot-weiß. Da hätte ich mal drüber nachdenken. LOL! Was ist das denn? Was ist das für eine Missgeburt? Ist das hier so ein Helikonk da? Wir hatten... Echt mal, der hat ein roter und die Schleife ist nicht mal gerade drauf. Vor allem, wie hätten die dann das hässlich? Das ist richtig hässlich. Fühl dich aber auch. LOL! 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 Wieso bauen die Leute immer fucking Häuser? Was ist denn das für eine Scheiße? Das kommt weg. Das ist doch kein Gift. What the fuck? Das ist ein Weihnachtsbaum halt drin. Das ist die Interpretation davon. Ach so. Gefällt mir nicht. Explodiert. Das war halt richtig abgesahnt. LOL! Mit dem Penis? Ist das ein Penis? LOL! Das ist ein Penis? Das ist der UpGist. Ihr kriegt's auch. Cool. Also wenn da Fallout 4 drin ist. Report. Das ist mir zu platt da. Also versuchen irgendwie Punkte noch zu bekommen. Ja mit dem Schwanz. Hat bei mir sogar funktioniert. Oh geil. Wow. Da ist jemand nicht fertig geworden. Was ist das für eine Schleife? Ich glaube schon, dass das fertig geworden ist. Aber das sieht halt meh aus. Mit den Herzchen finde ich voll geil. Das ist ein Valentinstagsgeschenk. Das ist ein Valentinstagsgeschenk. Ich weiß nicht wie das geht. Ja das stimmt. Das weiß ich auch nicht wie das geht. Hier hast du ein B06. So, was haben wir denn hier? Oh das ist auch eine interessante Schleifeninterpretation sag ich jetzt mal. Da ist so ein Griff rum. Ja das stimmt. Wir kommen ja auch hin. Ah you. You cannot vote your own creation. Ah ha 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 ha. Nice Jason. Es ist nicht explodiert immerhin. Hast du ein Geschenk zum Mitnehmen gebaut. Ach guck mal. Guck mal. Ein dänisches Geschenk. Die Schleife ist auch nicht fertig. Die Leute hatten alle Probleme mit der Schleife. Ja auch mal. Aber da finde ich tatsächlich das beste bisher. Was? Ja. Da ist da auch eine Scheisschleife. Also keine Ahnung. Okay. Das ist aber noch die erste Schleife. Aber das sieht nicht gut aus. Ich finde die ist zu groß für das Geschenk. Aber das. Ich finde das gut. Ich finde das gut. Ich finde die Schleife ist zu klein für das Geschenk. Das ist nicht vom Peder. Das ist vom Peder Mama. Was ist das denn? Das ist vom Peder. Wow, it's amazing. Komm hier. Was ist das denn? Was soll das denn sein? Kurak SV Itz Kurva. Alles klar. Da kriegt auch ein Everything is amazing. Irgendwelche komischen politischen Nachrichten wieder hier weißt du. Wieso explodiert das Ding nicht? Vielleicht weil ich dem Everything is amazing. Das ist schick. Das ist die beste Größe. Aber das Problem ist die Schleife ist jetzt nicht so geil wie auf dem anderen Geschenk. Das finde ich ganz geil. Hier von mir ein gut. Halt ne schön. Ja, okay. Ich finde die Schleife ist halt echt schwer. Ich finde die Schleife nicht so geil. Peter, da kriegst du von mir die beste Bewertung. Guck mal an. Guck mal an. Guck mal an. Wollte ich Wow, it's amazing geben. Potsibot. Ah, guck mal. Ja, ich bin vom Brammen. Ich bin aber wieder der Beste. Da steht er da rechts. Da steht auch die Punktzahl. Ah, ja, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Dann, wie gesagt, bedanken wir uns natürlich an dieser Stelle für das Zuschauen. Ich hoffe ihr hattet ein wenig Spaß. Und die wichtige Frage ist natürlich, wer hat das Beste gemacht? Achso. Der von uns drei hat dir das Beste geschenkt. Genau. Schreibt es doch in die Kommentare gerne und lasst doch ein Däumchen da für die Bewertung. Und ja, sonst noch was? Du stinkst.